So, und da sind wir wieder zu Let's Play Card of Duty Monofa 2. Das weiße Haus. Jetzt geht's richtig los. Oh, Freunde. Hier regnet es ordentlich rein. Also das hier, der Dingsbunker ist ja... ...wundert mich echt. Weil die werden alle abgesoffen hier bei dem Regen. Weiter Feuer mit den 250 Bravos. Wir laufen auf die linke Flanke. Ja, und hier ist gleich die Front. Ist klar. Ha, ich hab einen erwischt. Warum ist der Sniper? Was ist das Schlimmer als das der Weltkrieg? Waaah. Wie willst du das Himmelfahrtskommando? Ah, was soll ich mit einem 4-1? Huch. Ah, hier ist ein M16 mit Eckhoffizier. Da kann man besser gucken. Ey, wie soll man das Ding reinnehmen? Da kommen wir niemals hin. Ah, ich krieg hier voll einen auf dem Wand. Ah, rüber. 100 Meter. Sonst geht's. Ah, ah, ah. Verarschen mich doch nicht. Scheiße. Hey, was ist das denn hier? Das Ding gefällt mir. Ach, du Schau. Ah, da sind welche. Ja, jetzt überlebe ich nicht. Lass mich doch mal durch. Scheiße, das war verdammt knapp. Das war die fette Knarre nachladen, ja. Schönes Rutsches MG. Wo ich hinschieße auf alles, was sich bewegt. So, der war auch weg. Vor allem, hier liegt da noch ein Kampfschild rum. Au. Dei Huren Söhne. Chill die doch mal. Der war auch weg. Der war auch weg. Der war auch weg. Der war auch weg. Sie denken, was ist das? Herr Söhne. Wenn ich diese Nachricht erfüllen kann, erfinden wir ein Sicherungsgebäude. Signalisieren uns mit grünen Leuchtsignalen am Sicherungsgebäude. Wir werden unsere Missione ein, um Kontakt zu diesem Sicherungsgebäude. Scheiße! Ah ja, hör doch mal auf, das zu labern hier, ey. Wir werden hier noch nicht im Plan, wir werden hier irgendwo zu schreien. Wir werden hier noch nicht im Plan, nach diesem Kreuz des Kampfbereitschaft. Huuu! Waaah, da umzunnehmäa. Alter. Au. 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 Wir machen die Lampen aus. Ah, scheiße. Na! Toll, das war jetzt wieder ein super Fail. Wow. Ja, Alter, stirbst du jetzt mal? Ich treffe ja gar nichts, Alter. Das geht gar nicht. Wir haben die Lampen aus. Wir haben weniger als zwei Minuten, bevor sie die Stadt kraftnacht. Wir müssen zum Dach uns hier aufhalten. Voll die Granate in die Eier geschmissen. Toll, keine Munition mehr. ja wo lang hier lang oder was ja wenn du mich mal durchlassen würdest du auch schwarz doch ganz toll 90 sekunden also ich würde lieber eine kleine maschinenpistole nehmen so wie diese also wo sollen die alle seien nein nein hier hallo hallo das war knapp junge Junge!